Hallo ihr Lieben! Ja, wie ihr wisst, nehme ich euch im Moment so ein bisschen mit bei der Entstehung meines neuen Buches. Und wir hatten ja schon die Recherche 1, wo es um die Clans ging und so ein bisschen um Schottland und ja, diese Herausforderung, die ich da hatte. Es geht weiter mit der Recherche, denn nachdem ich jetzt die Clans klar hatte, kamen natürlich auch die Orte. Ich habe mir Gedanken gemacht, was möchte ich denn gerne euch näher bringen, was möchte ich denn gerne beschreiben. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass ich selber in Schottland war und wo ich da war. Allerdings ist das schon ein paar Jahre her, deswegen habe ich als allererstes natürlich mal die Bilder rausgekramt, wo ich damals war, nämlich von Balvenie Castle, von Dovetown, von Glen Fiddich, von dieser ganzen Umgebung dort. Natürlich auch von Loch Ness und auch vom Huntley Castle. Castle Huntley. Weil, wie ihr ja mittlerweile wahrscheinlich wisst, ist das Huntley Castle früher der Sitz der Gordons gewesen. Ja, und da die Gordons eine Rolle spielen, muss natürlich auch diese Ruine eine Rolle spielen. Dazu kommt natürlich, dass ich über Google Maps, Google Maps ist eine tolle, tolle, tolle Sache, denn darüber habe ich natürlich geguckt, wie lange brauchen die denn, um von A nach B zu fahren, wo liegen die Orte jetzt genau, weil, wie gesagt, zwei Jahre her. Man kann auch über Google Maps sich die Sachen nochmal genauer anschauen. Ihr kennt das ja alles mit diesem 3D. Street Map heißt es. Das war das, was ich gesucht habe. Ja, also bin ich da nochmal hingegangen, habe mir da nochmal, ja, Stichworte zu aufgeschrieben, habe mir das alles in Erinnerung geholt, wie es da ausgesehen hat. Habe natürlich auch recherchiert, wie lange braucht denn meine Protagonistin vom Flughafen bis nach Dovetown, wenn sie mit dem Auto fährt. Dazu kommen solche Sachen wie, wann geht ein Flieger nach Schottland? Ich meine gut, im Moment haben wir Corona, das ist alles ein bisschen schwieriger. Man kann es auch ein bisschen, ja, biegen, sag ich mal, weil wir sind Schriftsteller und ich schreibe Fiktion, keine Tatsachenberichte. Trotzdem bleibe ich da gerne dicht an der Wahrheit und es schadet ja auch nichts, den Flieger wirklich um 11 Uhr starten zu lassen, wenn er denn dann auch um 11 Uhr fliegt. Während des Schreibens gucke ich natürlich auch immer nochmal was nach, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, Recherche komplett abgeschlossen, ich brauche das gar nie wieder. Es kommen immer mal wieder Sachen, wo man denkt, wow, das möchte ich gerne reinbringen, ich gucke mir das nochmal an oder ich brauche nochmal ein paar Hintergründe. Ich brauche vielleicht nochmal was Geschichtliches zu den Jakobitenaufständen oder zu den Highland Games oder, oder, oder. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt so für mich die Vorarbeit an Recherche abgeschlossen. Also ich habe mir, wie gesagt, die Clans angeguckt, die geschichtlichen Sachen, die Orte, die ich gerne beschreiben möchte, nochmal in Erinnerung geholt. Und natürlich habe ich auch recherchiert, wo kann die denn essen gehen? Wie sieht denn das Restaurant aus? Denn leider ist es Stuart Arms, wo ich damals gegessen habe, wo ich sehr gerne eigentlich auch eingekehrt bin, gibt es nicht mehr. Das ist dauerhaft geschlossen, also muss ein anderes Restaurant her. Da hilft dann auch wieder Google Maps. Auf diese Weise könnt ihr euch schon mal einen kleinen Eindruck verschaffen, was auf euch zukommt. Schottische Highlands, Dovetown, Huntley Castle, Balvenie. Das Lokal, was ich jetzt benutze, heißt übrigens At The Seven Stills. Nur wer mal gucken möchte. Die Vorarbeiten Recherche sind damit abgeschlossen. Wie gesagt, während des Schreibens wird immer mal wieder was nachgeguckt. Es kommt ja auch immer darauf an, wie sich die Geschichte entwickelt. Und im nächsten Teil erzähle ich euch dann was über die Charaktere. Untertitelung des ZDF für die Behind-P 47-HD+. Vielen Dank.